Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Mario Kart, wir fahren jetzt hier runter. Ja, wir wollen jetzt hier runter fahren. Und ja, wir sind hier an der Grundschule. Ähm, wir sind hier vorbeigefahren, hier vorne. Wir sind hier vorne vorbeigefahren. Dann komm ich auf die Idee. Hey Nickel, machen wir mal hier wie den Mario Kart Style. Ja und das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Und ich sehe jetzt besser mit seinem Longboot, ich mit dem Handyboot, Leute. So. Warte, ich warte bitte. Du Kart. Oh, scheiße. In der Lade, Mann. Oh, die sind schon wieder. Hier kommt der Feuer. Oh, sorry Leute, aber. Oh, hier. Oh, Alter, scheiße. Ich bin mit der Hand hängen geblieben am Rad. Oh Gott. Das Rad ist mir über der Hand gefahren. Nee, oder? Oh, nee. Hat's weh? Nee, es geht. So. So, Leute, ich bin jetzt der Feuerade im Spritz. Mit dem Pennyboot machen wir hier Kart Style. Ja. Mit dem Pennyboot vor allem. Ja, alles. So, Leute. Jetzt muss ich dran glauben. Ach ja. Erst mal hinsetzen. Pennyboot. Kamera einklammen. Ich kann gleich mit hinterher. Und go. warte ich sag wenn nicht dass mein handy runter fliegt und irgendjemand überfährt jetzt habt ihr es gesehen als bremsen ist immer ein bisschen scheiße hier besonders wenn man die kamera in der hand hat und ja ja jetzt kann man sagt erst mal du also die hier da kommt sie schon wirklich schleudern hier weil jetzt ein hugel ist also was wir zu sagen so leute dass die letzte runde in dem port 1 zumindest vor zweimal auch mehr noch und ja doch fußgängerbrücke super klopp ist wie schon mal darunter fällen wenn das mit dem auto kommt kannst du schnell genug bremsen da besteht halt jemand unten halt ok geht los leute und die kobe hat gemeint und ja das war es in part 1 und ja schau